Ach, ah, oh man! Ja, ich... Ich hab's nicht so gemacht. Was geht, Freunde, da aus, Matt? Wir switchen rüber und let's rocken. Carina bei der Arbeit. Hallo. Next. Wie bitte? Hä? Tut mir leid, Sie sind nicht mein Typ. Next. Man darf also dort nur bestellen, wenn man der ihr Typ ist? Super. Carina bei der Arbeit. Herzlich willkommen bei Peck-Promit-Wirke-Bestellung, bitte. Ah, ich hab gern einen ökologisch angebauten Gartensalat, bitte. Was? Wer geht denn zu McDonald's und bestellt so, Alter? Kein Fleisch dazu? Nein. Nicht mal ein kleines Fleischstückchen? Nein. So ein kleines Fleischstückchen vielleicht mit rein? Nein. Katzenfleisch? Nein. Wenn die schon so nice haben, wieso dann Katzenfleisch? Ein Fleischstück, was aus wie ein Fleischstück, aber kein Fleischstück ist? Nein. Gut, dann gehen Sie in den Garten und schneiden sich Ihr Gras ab, das können Sie dann essen. Tschüss. Ich hätte es nicht anders gemacht. Da muss ich Carina jetzt mal recht geben. Carina bei der Arbeit. Ich hab grad diese Zelda hier bestellt. Eigentlich, äh... Ich hab diese Zelda hier bestellt, also... Ohne Eis, aber die hier ist mit Eis. Glückwunsch, das Eis ist kostenlos. Da ist Eis drin! Kleinen Moment mal, bitte. Oh Mann! Ich wäre jetzt nicht so gemacht. Ich kann kein Eis finden! Der nächste, bitte! Carina! Ja, warum nicht? Tschüss, ich will recht anzuhören. Bei der Arbeit. Jetzt willkommen bei der Politik. Äh, ich hätte gern ein, äh, Fake-Menü, bitte. Haha! Das ist so dumm, Alter. Fake-Menü, das hört sich so falsch an. Christian, das ist nicht sehr lustig. Doch! Hm, was möchten Sie denn in Ihrem Menü haben? Ähm, mit dem Cheeseburger, bitte. Christian, hör auf damit! Da kann der auch nichts für! Hä? Cheeseburger geht leider nicht. Äh, wieso nicht? Das finde ich jetzt aber blöd. Sie sind nicht sehr zufrieden gerade, nicht wahr? Nee, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ich will einen Cheeseburger dazu haben. Kleinen Moment mal, bitte. Oh nein! Yes! Gabi gab's da wohl noch nicht. Hello, Daddy! Yes! Ron and Fake-Comet! Yes, it's your daughter, Carina! Oh! We have a customer here! Who is not very satisfied with the Menüsing? Yes! Cheeseburger? No! Thank you! Leider schlechte Nachrichten! Selbst der oberste Chef sagt Nein mit dem Cheeseburger! Haha! Oh, Dad! Wirklich nicht? Doch, war nur ein Spaß. Es geht alles klar, hat er gesagt. Oh, das ist aber klasse. Dankeschön. Nein, es geht natürlich nicht klar. Tschüss! Hahaha! Aber es ist nicht schlimm, weil ich kann den Sound, ich kann das tauschen. Ach, beziehungs. Ich kann den Sound von eben unter das Bild vom ersten Mal packen. Beim ersten Mal hab ich besser gespuckt, ne? Beim ersten Mal hab ich besser gespuckt. Hahaha! Hahaha! Das hört sich uns so falsch an. Beim ersten Mal hab ich besser gespuckt. Hahaha! 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 Was? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst noch ein Like da, wenn ihr nicht gefallen habt, abonniert die Szene, verabschiedet mich und bin damit raus! How? wie? last appears 청